So, wir haben jetzt hier eine kleine Fischbowl-Runde geplant. Ich freue mich da sehr, auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Vom Stifterverband Bettina Jorzig, die helfen wird, so ein bisschen Klarheit reinzubringen, was wir eigentlich gerade eben gehört haben. Und zum anderen Dr. Daniel Krupka, Entschuldigung, nein, Jens Heidrich, Dr. Jens Heidrich von Fraunhofer-Jese. Schön, dass Sie da sind. Kommen Sie bitte beide auf die Bühne. Die beiden sehen einander nicht ähnlich. Warum ich gerade mit den Namen durcheinandergekommen sind, Herr Krupka und Herr Heidrich haben eine Studie für uns gemacht zum Thema Data Literacy. Und da können Sie auch vielleicht gleich ein bisschen was zu erzählen. Aber fangen wir doch erst mal mit dem an, was wir gerade gehört haben. Das waren ja wirklich sehr, sehr, sehr verschiedene Ideen, verschiedene Vorträge. Was hat Sie überrascht? Ja, also zunächst mal von meiner Seite auch nochmal ganz herzlichen Dank an die sehr interessanten Vorstellungen hier. Ich habe mal probiert, so ein bisschen mit zu skizzieren, welche Lessons-Learns so aus unserer Studie heraus jetzt da zu dem passen, was Sie so vorgestellt haben. Und da gibt es eine sehr, sehr große Überlappung. Ich war erstaunt, dass wir doch sehr verschiedene Ansätze hier gesehen haben, was die Tiefe der Integration angeht, was die Idee angeht, was den Fokus-Bereich angeht. Und ich denke, das wird eine sehr, sehr schwierige Entscheidung für die Jury werden, hier die drei Favoriten tatsächlich auszuwählen. Ich kann da gut dran anschließen. Also mich hat auch erst mal überrascht, dass sich schon so viele Hochschulen und mit so ganz verschiedenen und auch originellen Konzepten auf den Weg gemacht haben. Und teilweise auch schon ein ganzes Stück weit gegangen sind zwischen der Antragstellung und dem heutigen Finale oder in der Zeit davor. Ich will noch einen zweiten Punkt nennen, der mich überrascht hat. Also was fehlt oder was ich weniger herausgehört habe? Daten sind ja überall. Also wir sind alle permanent von Daten umgeben und wir produzieren auch alle ständig Daten. Das gilt auch für alle diejenigen, die datenferne Fächer studieren. Und Sie haben ja alle darüber nachgedacht, wie man auch diese Studierenden erreichen kann. Aber es ist weniger oder jedenfalls habe ich das weniger herausgehört. Ich kenne natürlich auch Ihre schriftlichen Anträge nicht. Ich hätte gedacht, dass man häufiger danach guckt, was gibt es da schon, an das ich andocken kann in den Fächern. Also mein Eindruck war, es wird eher immer was ganz Neues gemacht und natürlich auch Schnittstellen gesucht, wo das fachspezifisch passt. Aber weniger danach geguckt, was gibt es auch schon an Datengeschichten in den datenfernen Sachen. Vielleicht gibt es da ja einfach nichts. Das glaube ich nicht. Ja, oder es wurde vielleicht einfach nicht gezeigt. Das kann ja durchaus auch sein. Wir haben ja jetzt nur das gesehen, was in der Präsentation aufgegriffen wurde. Und ich denke, da konnte man über alle acht Präsentationen hinweg sehen, dass man es ja geschafft hat, dort gewisse Silos an den Hochschulen und Universitäten irgendwo zu überwinden und zusammenzubringen. Und zumindest, was ich so als Feedback auch im Rahmen unserer Studie bekommen habe, ist das ja mit eine der größten Herausforderungen. Und man hat, glaube ich, auch gesehen, dass das oftmals ja irgendwo bottom-up entsteht. Das heißt, man hat eine Person, einen Professor, der vielleicht einen anderen Professor in einem anderen Fachbereich irgendwie gut kennt und daraus entsteht irgendwas. Man hat aber, glaube ich, auch gesehen, dass das Ganze ohne den Support von oben, also die Hochschulführung im Endeffekt, die muss da mitgenommen werden. Ansonsten kann das Ganze auch nicht verstetigt und nachhaltig gemacht werden. Das fand ich eben auch noch ein sehr guter Punkt und das hat man, glaube ich, bei allen Präsentationen ganz gut gesehen. Ja, jetzt nochmal die Aufforderung. Ich hatte es Ihnen ja bereits am Anfang gesagt, das hier ist eine Fischbowl-Diskussion. Eine Fischbowl-Diskussion zeichnet sich dadurch aus, dass Leute hier auf die Bühne kommen und mitdiskutieren dürfen. Jeweils fünf Minuten. Und ich weiß, dass es immer der Anfang schwer ist. Das heißt, der Erste oder die Erste, die hier kommt, ist natürlich meine persönliche Heldin, mein persönlicher Held. Denn den ersten Schritt zu machen, ist immer das Schwierigste. Deshalb jetzt meine Aufforderung. Vielleicht gibt es ja jemanden, der es wagt, hier auf die Bühne zu kommen. Und mitzudiskutieren. Ich weiß, es sind hier viele meinungsstarke Menschen im Saal. Und innerlich kribbelt es jetzt einigen. Oh, wunderbar. Applaus. Ich hätte sonst gesagt, wir müssen einfach mehr provozieren. Dann kommt schon jemand. So, ich übergebe mal das Mikrofon an Sie. Sie sind Herr Prof. Dr. Adalbert Wilhelm von der Jakobs University. Genau. Leider haben wir es mit unserem Antrag nicht geschafft, hier in die Finalrunde zu kommen. Aber ich fand es sehr spannend, die verschiedenen Projekte zu sehen und auch die Bandbreite, die hier wirklich abgedeckt wird. Aber mir ging es ein bisschen ähnlich, dass ich eine große Diskrepanz sah eigentlich zwischen dem, was jetzt wirklich Data Literacy für alle ist. Und dem, was jetzt spezielles Data Science Wissen vielleicht doch für eben die Experten und die Spezialisten sein wird. Und da stellt sich mir schon die Frage, wissen wir eigentlich oder haben wir überhaupt eine Idee, was wir momentan sozusagen als Kernkompetenz oder als Lernziel auch für die Data Literacy schon mal festlegen wollen? Sind wir überhaupt so weit, dass wir sagen können, okay, das sind die Herausforderungen, die jetzt auch wirklich die breite Masse sozusagen interessiert und für die auch wichtig ist? Und gehört da wirklich schon Programmieren dazu oder ist es vielleicht nur, und jetzt das nur in Anführungszeichen, die Kenntnis oder die Fähigkeit, ja irgendwelche Abläufe in prozessorale Stufen und Schritte eigentlich abzubilden? Herr Heidrich, Sie sind Mitautor der Studie. Ich halte Sie mal hoch. Man kriegt Sie auch dort hinten am Stand vom Hochschulforum Digitalisierung. Sie können diese Frage beantworten. Genau, man kann die Studie auch runterladen, von daher ich weiß nicht mehr, wie viele Exemplare noch da sind. Also der Punkt ist, Sie haben natürlich recht, es ist erstmal ein bisschen verwirrend, was heißt Data Literacy überhaupt und wie grenzt sich denn das jetzt zu sowas wie Data Science ab? Da gibt es natürlich einige begriffliche Überlappungen. Wir haben ja die Eingangsdefinition gehört, dass es darum geht im Endeffekt, Daten auf kritische Art und Weise zu sammeln, zu managen, zu evaluieren und auch irgendwo anzuwenden. Da gibt es eigentlich schon eine sehr gute Vorarbeit, die man da nutzen kann von der Dale House University in Kanada. Da gibt es eine entsprechende Metastudie, die alle möglichen Definitionen im Kontext von Data Literacy schon zusammengefasst hat und so eine Terminologie quasi gebildet hat. Da gibt es dann 22 Kompetenzbereiche, die sich auf diese Anwendungsfelder im Endeffekt beschränken und da wird auch nochmal unterschieden in sowas wie konzeptionelle Kompetenzen. Geht ein bisschen in eine andere Richtung und wir haben das Wort konzeptionell hier schon mal gehört, da war es eher so, der obere Teil der Leiter in der Studie ist es eher so wirklich das fundamentale Wissen eigentlich. Das heißt Einführung in die Daten, überhaupt mal zu sensibilisieren, was man denn mit Daten tun kann. Dafür braucht man mit Sicherheit noch kein Programmieren. Dann grundlegender Umgang mit Datenwerkzeugen, wobei das wieder im Auge des Betrachters liegt. Das kann für den einen ein Excel-Tool, hatten wir glaube ich auch einmal als Beispiel gehört, sein. Das kann für den anderen wiederum Python sein, wo man schon natürlich eine Stufe weiter irgendwo ist und diese Programmierkenntnisse dann an der Stelle wieder braucht. Aber noch ein dritter Bereich, der dort auch als ganz wichtig und grundlegend bezeichnet wurde, war zum Beispiel der Bereich Datenethik, kritisches Denken, eine Datenkultur irgendwo zu etablieren. Und das sage ich mal, sind irgendwo so diese Basissachen, die man am Anfang vermittelt und in welche Richtung es dann geht. Weil ich denke, man ist auch ein bisschen so wie der Data Scientist, ist ja so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau gewissermaßen, alles in einer Person. Ich bezweifle, dass es den Data Scientisten gibt. Vielleicht gibt es aber auch den Informatiker heute gar nicht mehr, weil wir ja auch dort irgendwie Spezialisierungen in vielfältiger Weise haben. Aber auch bei Data Literacy haben wir eine gewisse Breite und ich bezweifle, dass Sie das alles in irgendwie einen Ein-Semester-Grundkurs reinpacken können. Das heißt, Sie müssen sich irgendwo spezialisieren und müssen sagen, was sind jetzt die Dinge, die mich dort besonders interessieren. Und die können dann fachdisziplinspezifisch im Endeffekt wieder anders aussehen. Das kann mehr Programmierung sein in dem einen Bereich, das kann auch in Richtung Big Data dann für einen anderen Bereich gehen, aber dann haben Sie einen fließenden Übergang in Richtung Data Science. Ich würde an dieser Stelle gerne nochmal was Positives sagen. Das ist ja was, wofür wir Deutschen eigentlich bekannt sind. Wir durchdenken immer alles erst ganz gründlich und bis wir damit fertig sind und uns eigentlich immer noch nicht einig sind, ist der Zug irgendwie schon abgefahren. Und was ich ganz positiv finde und auch nochmal dem entgegensetzen möchte, also einer von den Studierenden, die man in einem Videoclip gesehen hat und auch später eine Vertreterin eines Hochschulteams hat gesagt, den Umgang mit Daten lernt man, indem man mit ihnen umgeht. Und das jetzt übertragen auf die Kompetenzen, um die es eigentlich geht, also welche Kompetenzen das sein sollen, die jemanden Data Literate machen, das ergibt sich daraus, indem man damit anfängt, Leute Data Literate zu machen. So würde ich das mal übersetzen. Herr Wilhelm, ich habe eine Frage an Sie. Haben Sie denn einen Favoriten? Also das Voting ist geschlossen, Sie können niemanden mehr beeinflussen. Die Jury ist oben, die Jury kann es nicht hören. Das Voting ist inzwischen geschlossen, Sie können niemanden mehr beeinflussen. Jetzt können Sie es einfach ungeschützt sagen. Was ist Ihr Favorit? Eine ganz schwierige Frage, weil ich, Favorit ist ja auch manchmal beeinflusst dadurch, was, stelle ich mir vor, was andere Leute auch toll finden. Selbstverständlich. Ich habe mehrere Favoriten, also in der Hinsicht, die ein bisschen in verschiedene Richtungen gehen und man darf ja auch drei Stimmen abgeben. Also ich fand zum einen sehr spannend den allerersten Beitrag mit dem Dataton, die auch sicherlich die Schwierigkeit hatten, als Erste wirklich ja auch anzufangen und zu präsentieren. Das ist ein klares Konzept, das ich glaube ich, dass Leute super motivieren kann, hier wirklich reinzuschauen. Das Datenlatinum der Uni Regensburg hat mir auch sehr gut gefallen, weil das wirklich so genau die Vorstellung von Data Literacy auch abbildet, die ich auch sehe. Andererseits sah ich auch das Projekt von der Uni Göttingen als sehr, aber sehr groß angelegt. Und in der Hinsicht sind die Projekte nicht vergleichbar, aber so in den drei Kategorien waren das für mich die drei Favoriten. Okay, okay, sehr gut. Wilhelm, ich danke Ihnen sehr für Ihren Beitrag und auch für den Mut, hier dabei zu sein. Und Applaus an Wilhelm. Und selbstverständlich kann jetzt der oder die Nächste auch wieder auf die Bühne kommen. Aber ich frage hier erstmal weiter. Also fühlen Sie sich aufgerufen? Wir diskutieren hier weiter und wenn jetzt hier jemand auf der Bühne auftaucht, dann freuen wir uns umso mehr. Ich stelle einfach mal die Frage weiter. Frau Jotzig, haben Sie einen Favoriten oder haben Sie mehrere Favoriten? Habe ich. Also und ich möchte eigentlich mich um eine klare Antwort drücken, aber die werden Sie sich selber geben können, wenn ich sage, welches Kriterium für mich das Wichtigste ist. Für mich geht es weniger um die Qualifizierung von Data Scientists. Also ohne, dass ich sagen will, das brauchen wir nicht oder das ist unwichtig und das können wir mal lassen und darauf sollten wir keine Anstrengungen richten. So ist das nicht gemeint. Aber mir geht es darum, dass jeder Mensch, möglichst auch nicht nur Studierende, aber Studierende auf jeden Fall auch, jeder Studierende erkennt, also welche Bedeutung der kompetente und verantwortungsvolle Umgang mit Daten für sein zukünftiges Leben haben. Nicht nur für seine Employability, sondern auch für Civic Engagement und so weiter. Und ich finde es wichtig, dass man halt Studierende von Anfang an, also nicht erst zu einem fortgeschrittenen Studierendenzeitpunkt und verpflichtend, also mit entsprechenden Lehrangeboten konfrontiert, also die nicht anbietet, sondern Studierenden die Möglichkeit nehmen, sich da irgendwie rauszuopten. Also das muss jeder, jede machen. In der Schule kann man sich auch nicht aussuchen, ob man irgendwie gerne schreiben lernen möchte. Das steht auf der Agenda und zwar von Anfang an. Und so hätte ich das auch gerne für Data Literacy. Und aus dieser Antwort ergibt sich vielleicht, welche Konzepte ich favorisieren würde. Ja, relativ klar würde ich sagen. Okay, ich möchte an der Stelle auch direkt andocken. Also ich glaube, das ist auch was, was aus der Studie auch ein Outcome war, dass man möglichst früh damit anfangen muss. Also insbesondere in den Bachelorstudiengängen. Erstes Semester, finde ich, ist da schon mal ein ganz guter Startpunkt. Wir haben im Rahmen der Studie auch mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, das muss eigentlich schon in den Schulen losgehen. Also da muss zumindest der Grundstein irgendwo gelegt sein. Klar, da wird man noch nicht Statistik, R, SPSS, Python oder irgendwie. Ja, gibt es auch einige Schulen, die das machen. Aber quasi, da geht es aktuell viel zu spät los. Also wenn ich schaue, wann Informatik teilweise überhaupt angeboten wird an Schulen, ist das eigentlich viel, viel zu spät. Und da müssen wir auch ran, dass man dort versucht, früher diese Kompetenzen und den Grundstein schon zu legen. Und dann eben bin ich auch bei Ihnen. Man muss eine gewisse Verbindlichkeit da reinbringen. Also das heißt, es kann nicht sein, dass das dann irgendwie freiwillig ist. Wenn wir sagen, das ist irgendwie eine grundlegende Kompetenz, die der Bildungsbürger in Anführungszeichen irgendwo mit sich bringt. Da muss das wirklich wie Lesen und Schreiben im Endeffekt sein. Und es muss sich irgendwo tatsächlich auch dann so verbindlich im Studienplan äußern. Was die Favoriten angeht, ist natürlich, ich wollte mich eigentlich auch so ein bisschen rumdrücken, aber ich glaube, nicht möglich. Also ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, mit welcher Brille man sich das anschaut. Wenn man jetzt wirklich sagt, man konzentriert sich auf Data Literacy im engeren Sinne, also im Sinne dieses Bildungsbürgertums, glaube ich, kommt man auf andere Favoriten, als wenn man jetzt sagt, man sieht das etwas breiter, auch in Richtung der Domänen und des Domänen Nutzens rein. Also von daher habe ich gar nicht den einen Favoriten. Ich habe so verschiedene Konzepte, die mir da ganz gut gefallen haben, die aber, ehrlicherweise muss ich sagen, über das engere Begriffsbild Data Literacy eigentlich schon drüber hinaus gehen. Das eine war diese Inkubator-Idee der Uni Regensburg, die hat mich, also das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Wir haben im Rahmen der Studie von der VGL-Kerken einen ähnlichen Ansatz gehört, wo man ja auch durchaus Richtung Start-ups beispielsweise denkt. Ist für mich allerdings auch ein bisschen über Data Literacy eigentlich schon hinaus gedacht. Ich fand auch von der Leuphana-Uni in Lüneburg war das, glaube ich, diesen Data-X-Ansatz fand ich sehr interessant, dass man das auch als verpflichtendes Modul irgendwo mit rein integriert. Da hat es der Studienplan schon entsprechend hergegeben. Ich fand aber auch den Ansatz der Uni Mainz beispielsweise sehr interessant, wo man es probiert hat, mit einer Anwendungsdomäne eng zu verknüpfen und von der Anwendungsdomäne ausgehend dann in die Breite irgendwie geht. Weil klar, je größer die Universität, desto schwieriger ist es, auch das Thema irgendwie auszurollen. Und glaube ich, da muss man auch realistisch sein, quasi wie man das über die Zeit hinweg schafft. Da wird man wahrscheinlich nicht von 0 auf 100 starten können, sondern wird irgendwie so von einer Zündung ausgehend müssen und das Ganze dann inkrementell so ein bisschen ausweiten. So, und jetzt sind bestimmt Leute im Publikum. Darf ich das nochmal ergänzen? Das dürfen Sie. Privat duzen wir uns, aber hier auf der Bühne machen wir das Sie. Jetzt ist es mir rausgerutscht. Es gibt doch jetzt bestimmt Leute im Publikum, die sich total ärgern darüber, was hier für Favoriten genannt wurden. Jetzt ist der Moment, dass Sie auf die Bühne kommen können und Ihren Ärger Luft machen können und sagen, nein, es ist ganz anders. Also jetzt ist ein guter Moment, um auf die Bühne zu kommen, nur um einfach nochmal den Aufruf zu wiederholen. Aber Frau Jotzig, Sie wollten da einsteigen. Genau. Ich wollte einfach, unabhängig von der Frage, was so mein zentrales Kriterium war, habe ich bei jedem Konzept etwas gefunden, was ich relativ, also, oder was ich ganz positiv fand. Und jetzt mache ich das wieder so wie vorhin, ich nenne gar nicht die Hochschulen dazu, aber ich nenne so ein paar Aspekte, die mir gefallen haben. Also ich finde es sehr lobenswert, wenn man das Thema sehr niedrigschwellig für Studierende angeht und auch Formate wählt, die Studierenden einfach Spaß machen, wo die sich jetzt mal in erster Linie ausprobieren können. Also wo es nicht sofort geht, Pflichtveranstaltungen, Vorlesungen und dann gibt es dazu eine Übung. Ich finde es besonders lobenswert, wenn eine Hochschule hingeht und startet nicht mit der Zielgruppe, wo es besonders leicht ist und versucht es dann von da aus auszurollen, sondern mit der größten Herausforderung anzufangen. Das hat was. Also den Mut, den hätte, das fände ich gut, wenn der auch ansonsten häufiger vorhanden wäre. Und einen dritten Punkt will ich nennen, das ist so, wenn man nicht nur jetzt auf Daten, wie die, also von so Daten ferneren Menschen wie mir oft verstanden werden, das hat was mit Mathe und Statistik und Informatik zu tun, sondern wenn ganz andere Dinge in den Vordergrund gerückt werden und eben auch der Fokus auf gesellschaftliche Verantwortung. So, jetzt haben wir einen neuen Gast auf der Bühne, das ist der Herr Professor Doktor Rennstich von der CVJM Hochschule. Ich lese einfach das Namensschild ab. Genau, ich wollte eigentlich verhindern, dass hier immer nur Männer wieder rumstehen, aber dann bin ich halt drin. Also eine Sache, die mir auch in den Proposals ein bisschen zu kurz kam, ich habe sie nicht gelesen, deswegen weiß ich es nicht, ist eine Fragestellung der Datengewinnung und Datenerhebung. In ganz vielen Proposals wird immer davon gesprochen, wir haben ja viele Datenquellen, die schon da sind. Ich sehe das aber, wenn wir Data Literacy wirklich ernst nehmen, im Sinne von Civic Engagement und, also bei den Lüneburgern renne ich da wahrscheinlich offene Türen ein, finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, dass wir unseren Studentinnen und Studenten auch schnell vermitteln, dass Daten eben nicht immer nur schon für mich generiert sind und wunderbar schon in der CSV-Datei da sind, sondern wie kann ich mich einbringen in die soziale Debatte oder zukünftige soziale Debatten, dazu muss ich Datensätze für andere auch generieren. Wenn alles evidenzbasiert ist, dann muss ich Teil der Evidenzdarstellung sein und das fehlte mir so ein bisschen in den Proposals. Okay, hat Sie irgendwas überrascht? Also gab es irgendwo so einen Moment, wo Sie sagten, ah Mensch, krass. Ja, das gleiche, was Sie überrascht hat, wie viel da schon läuft. Wenn man so einsam in seinen Inseln ist und vor sich hinwurschtelt und seine Proposals schreibt und googelt, findet man gar nicht diese Tiefe, die in den Hochschulen, glaube ich, vorhanden ist und deswegen sind so Foren wie hier, denke ich, extrem wichtig, dass eben man mitkriegt, was eigentlich schon alles läuft. Das fand ich extrem ermutigend. Ist das so eine Entwicklung, die Sie auch, die Sie generell sehen oder ist das jetzt wirklich was, was nur hier rauskommt? Also sieht man das auch, kriegen Sie das auch mit, dass in anderen Hochschulen jetzt angefangen wird, über Data Literacy zu diskutieren oder ist das hier jetzt schon so die Keimzelle? Nein, also diskutiert wird natürlich ganz viel. Ich war jetzt lange Zeit in den USA, zwölf Jahre und da sind die Debatten irgendwie ein bisschen weiter und dann an anderer Stelle auch wieder gar nicht. Also wir haben hier auch eine Möglichkeit, gleich einzusteigen, gerade eben auch ethische Fragen, was steht hinter und Ethik ist eben nicht nur das Ethics Board, wo ich irgendwie möglich sagen muss, nein, kein Schaden geschieht irgendwo, sondern wo ich das wirklich ernst nehme und gerade die Fragen der Datenschutz-Grundverordnung, die jetzt da sind, wie komme ich überhaupt an all diese, ich muss das vermitteln in meinen Studenten, das sind richtige Herausforderungen. Jetzt mache ich denen nochmal Angst und sage, ja, ihr müsst hier erst eine verständige Einverständniserklärung haben und informierte und was heißt das und so. Also es wird schon so komplex, dass der niederschwellige Einstieg für einige sehr schwierig erscheint. Darf ich jetzt nochmal eine ketzerische Frage stellen? Also Sie haben ja nochmal angeknüpft an das, es passiert schon so viel und das ist so durchaus überraschend. Das haben wir ja beide auch positiv erwähnt. Jetzt möchte ich mir nochmal selber widersprechen und ein bisschen die ketzerische Frage an Sie alle richten, vielleicht auch nochmal einladen, dass jemand aufs Publikum kommt. Wenn wir das doch alle so wichtig finden und das so zentral ist, warum ist es dann erst an so wenigen Hochschulen eigentlich Pflichtbestandteil des Curriculums? Da sollten wir mal die leitenden Verantwortlichen hier dann hauptsächlich. Nee, aber ich möchte eigentlich in das gleiche Horn reinstoßen, weil das ist nämlich genau der Punkt, das Angebot ist schlichtweg noch nicht groß genug. Wir haben einen riesen Bedarf in diesem Bereich der Data Literacy. Wenn man das noch auf Data Science erweitert, fehlen uns in Deutschland sehr viele Studiengänge in diesem Bereich, Master- und Bachelor-Studiengänge. Sie haben vielleicht auch das Poster vom Institut für Hochschulentwicklung gesehen, da hängen wir hinten dran. Und selbst die USA, die wir ja dort immer so gerne als Vorreiter sehen, da ist der Bedarf deutlich größer als das, was momentan im Angebot tatsächlich da ist. Das wird man vielleicht in der Keynote von der Frau Krasen nachher auch nochmal aufgreifen können. Das heißt, wir müssen dort einfach aufpassen, dass wir nicht vollkommen den Anschluss verlieren. Das heißt, ich glaube, es ist jetzt, also ich fand das eine super Geschichte, hier auch vom Stifterverband, dieses Programm zu lancieren. Und ich glaube, man hat an der Anzahl der Einreichungen gesehen, dass das wirklich so einen Punkt getroffen hat. Das Interesse ist da. Und ich fand das auch super positiv, dass viele von Ihnen gesagt haben, wir machen das jetzt egal, ob wir jetzt die Förderung bekommen oder nicht. Das dauert vielleicht länger oder es ist etwas mühevoller, aber wir werden das weiter durchziehen. Und das ist, glaube ich, wirklich die richtige Einstellung. Aber ich glaube, wir müssen trotzdem gucken, wie wir zusätzlich auch von oben noch mehr den Stimulus da reinkriegen, um solche Studiengänge in der Breite auch mehr aufzubauen. Und das Thema Data Literacy, was ja mehr so diese Grundlagenbasiskompetenz ist, wirklich überall mit reinbringen. Nur wichtig, Stifterverband und Heinz-Nixdorf-Stiftung gleichberechtigte Partner. Das ist nur, weil es quasi in Räumlichkeiten, wo auch der Stifterverband seine Büros hat, stattfindet, sollten wir das nicht vergessen. Ich fand einen Satz, der bei den Vorstellungen kam, sehr, sehr gut und sehr, sehr treffend. Es gibt keine datenfernen Fächer mehr. Und in diese Richtung geht ja auch der Stifterverband. Es gab ja dann diesen Artikel von unserem Generalsekretär, Datenliteraten braucht das Land. Frau Jorze, können Sie da so ein bisschen mehr zu sagen? Warum braucht Deutschland jetzt Datenliteraten? Warum muss eigentlich jeder Datenliterat werden? Ja, Datenliterat, das ist natürlich eine Wortschöpfung, die wir abgeleitet haben aus dem Wort Literacy, was sich ja leider nicht wirklich gut ins Deutsche übersetzen lässt. Also ich glaube, Literalität, das wird doch dann eher mit Lesen und Schreiben können verknüpft. Aber das Literacy-Konzept ist ja schon seit vielen Jahren, geht es ja nicht nur um Alphabetisierung, sondern um grundlegende Kompetenzen, eben auch im Umgang mit Daten. Und auch in einer Präsentation heute war davon die Rede, dass Data Literacy, es ist eine Kulturtechnik. Das ist so wie Lesen, Schreiben, Rechnen. Wenn Menschen das zukünftig nicht beherrschen, ist es so, als müssten sie immer noch vorgelesen bekommen. Oder als könnten sie zwar, also sie haben zwar das Alphabet gelernt und können aus einer Schrift irgendwelche Worte bilden, aber können dem Ganzen keinen Sinn geben. Wir wissen, also das mit dem Lesen ist auch für einen zweistelligen Prozentsatz von Schülern kurz vor dem mittleren Schulabschluss immer noch eine große Herausforderung. Das wissen wir aus den PISA-Studien. Wenn man das für Data Literacy erheben würde, dann kämen wir zu bestürzenden Ergebnissen. Und so muss das sein. Das ist eine Kulturtechnik. Also es geht eigentlich gar nicht mehr, man wird nicht gesellschaftsfähig und schon gar nicht zukunftsfähig sein, wenn man diese Kompetenzen nicht beherrscht. Wie gesagt, das wird so sein, als könnte man nicht lesen, schreiben, rechnen. Und so ist es gemeint. Ein Datenliterat ist jemand, der über diese Basic Skills im Umgang mit Daten verfügt. Nicht unbedingt jemand, also darüber kann man sich ja streiten, nicht unbedingt jemand, der programmieren kann. Nicht unbedingt jemand, der viele statistische Berechnungen selber durchführen kann. Aber jemand, der grundsätzlich ein Verständnis dafür hat, wie Daten generiert werden, über die Limitationen von Datengenerierung, der über ethische Fragen im Zusammenhang mit der Datengewinnung, Datenverarbeitung, Datennutzung nachdenken kann. Jemand, der Daten interpretieren kann und so weiter. Das brauchen wir alle. Herr Heidrich, in der Studie haben Sie ja existierende Programme unter anderem analysiert. In Deutschland, aber vor allem international. In Deutschland gab es ja gar nicht so viel. Können Sie vielleicht mal skizzieren, wie wir das ganz konkret, also wie kriegen es die Vorreiter gut hin, Leute zu Datenliteraten zu machen an Hochschulen? Okay, das ist eine ganz schwierige Frage. Wir haben das probiert, so ein bisschen zu strukturieren in so drei Themenfelder, die man irgendwo beherrschen muss. Das eine ist, man muss die richtigen Strukturen inklusive der Infrastruktur tatsächlich schaffen. Das hängt damit zusammen, dass man, wie gesagt, an den Hochschulen entsprechend einerseits top-down die Führung überzeugt, andererseits bottom-up auch die einzelnen Fachbereiche mitnimmt, diese Silos eben aufbricht, eine Art Community of Practice schafft. Ich glaube, auch das hat man in den einzelnen Vorstellungen teilweise sehr gut gesehen. Das ist so der eine Themenblock. Der zweite Themenblock betrifft die Kompetenzen und wie man die einzelnen Kompetenzen jetzt in die Curricula reinintegriert. Das fängt zunächst einmal mit der Begriffsverwirrung an. Was heißt jetzt Data Literacy eigentlich? Was muss ich denn da an Grundwissen vermitteln? Ich habe ja eingangs schon erwähnt, dass es da diese 22 Kompetenzfelder gibt. Und dann gab es bei den Best Practice Cases unterschiedliche Arten der Integration. Wir haben auf der einen Seite diejenigen Ansätze, beispielsweise auch der Ansatz, der in Berkeley verfolgt wird, wo man so eine Art Grundkurs hat, so ein Data Aid Kurs heißt der da, glaube ich, den alle Studenten hören müssen. Und das sind dann über 1000 Studenten. Und das hatten wir ja teilweise auch in den Vorstellungen gesehen, dass das dann eine Frage der Skalierung ist. Sie können nicht mit über 1000 Studenten jetzt praktische Kurse zu machen, Anwendungen zu machen. Das ist nicht ohne eine Herausforderung. Das ist relativ schwer. Ja, darüber hinaus gibt es dann meistens Spezialmodule, die dann wieder disziplinenspezifisch ausgeprägt sind. Das ist eine Art der Integration. Eine andere Art der Integration ist es tatsächlich, diese Data Literacy Kompetenzen in die existierenden Fächer rein zu integrieren. Das setzt natürlich voraus, dass man dann entweder für eine Vorlesung oder mehrere Vorlesungen den Dozenten wechselt oder eben dann so Train-the-Trainer-Konzepte quasi den Dozenten auch zum Datenliteraten macht, falls der das noch nicht sein sollte. Und dann eben entsprechend die Studenten ausbildet. Ein dritter Punkt, der auch, fand ich, ganz schön aufgegriffen wurde, war dabei auch die Nutzung von Online-Materialien. Man muss ja das Rad da nicht neu erfinden. Es gibt viele Materialien, viele Schulungen, Tutorials, die bereits frei verfügbar sind. Also da nochmal zu gucken, was passt denn jetzt für mich? Wie kann ich das existierende Material nutzen? Das ist, glaube ich, da eine sehr, sehr gute Idee. Das war die zweite Säule. Und die dritte Säule vielleicht noch ganz kurz. Da geht es in die Richtung, wie vermittle ich das Ganze? Also wie kann ich tatsächlich es schaffen, die Studierenden zu erreichen? Und da haben wir auch sehr schöne Ansätze gesehen, so projektbasiertes Lernen, Hands-on-Lernen, mehr Sachen ausprobieren, haben Sie ja auch nochmal genannt. Das waren Punkte, die dort bei den erfolgreichen Best-Practice-Beispielen immer wieder im Vordergrund standen, um auch die Studierenden zu motivieren, dann eben entsprechend dort dabei zu sein und auch kennenzulernen, dass das ein sehr spannendes, essentielles Thema ist, wo Sie wirklich was fürs Leben mitnehmen können. Spannend, schön. Jetzt ist es etwa 20 nach. Wir wollen ungefähr bis halb diskutieren und danach wird entweder Frau Carson kommen, weil dann die Jury-Sitzung vorbei ist, oder wir schieben eine ungeplante Kaffeepause ein, was ja auch nicht schlecht ist. Das sind so die beiden Alternativen. Allerdings zum jetzigen Zeitpunkt wäre es ein fantastischer Zeitpunkt für jemanden, um noch auf die Bühne zu kommen. Ich freue mich natürlich besonders über Frauen, die auf die Bühne kommen. Wir hatten jetzt schon zwei Männer. Notfalls nehmen wir natürlich auch Herren. Aber, oh, da haben wir. Oder gehen Sie nur zu Ihrem Platz. Nein, Sie kommen zu uns. Fantastisch. Super. Der Notfall, nein. Das klingt so sehr nach Notnagel. Schön, dass Sie dabei sind. Herr Bauer, Sie sind ja einer der Leute, die hier schon auf der Bühne standen. Ja, in vielen Dingen, die ich jetzt gehört habe, werde ich schon nachdenklich. Also Sie haben ja gesagt, Data Literacy gehört zu unserem Wissen dazu, wie Lesen, Schreiben, Mathematik. Sind wir in der Uni nicht viel zu spät dran? Im Grunde, was wir in den Universitäten mehr und mehr machen, ist, Defizite in der Schulausbildung am Anfang auszugleichen. Ich glaube nicht, dass die Universität der richtige Ort ist, um verpflichtende Veranstaltungen einzuführen. Wenn es eine so grundlegende Kompetenz ist, müssten hier eigentlich die Kultusminister sitzen. Bevor die anderen antworten, stimmen Sie denn der These zu, dass es eine so grundlegende Kompetenz ist? Absolut. Unser Leben, ich kann Ihnen auf den Schlag mehrere Beispiele geben, wo grundlegende Kompetenzen in Statistik und Daten lebensnotwendig sind, und überlebensnotwendig sind, insbesondere wenn man beispielsweise zum Arzt geht häufig. Wenn man da nicht grundlegende Statistikkenntnisse hat, kann etwas vollkommen falsch laufen. Aber wenn es wirklich so grundlegend ist, ist hier der falsche Ort. Dann müssten wir in die Schulen gehen und sagen, ähnlich wie in den USA, dass schon in der Schule die HTML lernen in den ersten vier Jahren. Das wird bei uns nicht gemacht und diese Kenntnisse dort mitbekommen und nicht an die Universitäten, um Defizite auszugleichen, die eigentlich in die Schulen gehören und nicht in die Universität. Weil am Ende, wir nehmen viele Dinge weg. Wir machen Vorbereitungskurse in Mathematik, weil die Leute nicht mehr mit den Mathematikkenntnissen kommen, die sie für unser Studium brauchen. Das ist Aufgabe der Schule, das ist keine Aufgabe der Universität. Und all diese Zeit geht weg von der fachvertiefenden Ausbildung. Egal, um welches Fach es sich handelt, aber diese Zeit ist weg. Und wenn ich jetzt noch einen Data Literacy verpflichtenden Teil nehme, dann muss ich das irgendwo anders wegschneiden und am Ende vom Fach. Und dann kommen die nur mit Halbwissen aus ihren Fächern raus. Ich stimme Ihnen völlig zu. Also Sie laufen bei mir offene Türen ein. Ich finde, dass das in der Tat, also die Vermittlung von Kulturtechniken ist ein zentraler Auftrag der Schule und sollte von Beginn an der Schulzeit erfolgen. Aber das ist nun mal noch nicht so. Und in der Zeit muss man ja trotzdem sich irgendwie dazu verhalten. Und zum Glück tun das ja viele Hochschulen, wie wir heute gesehen haben und wie wir das bei der Ausschreibung gesehen haben. Und ein zweiter Punkt, man braucht ja auch Lehrkräfte, die dazu in der Lage sind. Also ich meine, wie soll das sonst in den Schulen passieren? Und leider ist es ja um die verschiedenen Digital Skills bei Lehrkräften, wie wir aus diversen Studien wissen, ernüchternd bestellt, um das mal so zu sagen. Und selbst wenn da viele aufgeschlossen sind, sie wären gar nicht dazu in der Lage, das in der Schule zu vermitteln. Und Hochschulen bilden ja auch Lehrkräfte aus. Und es hat ja heute auch mehrere Hochschulen gegeben, die deutlich gemacht haben, wie wichtig das ist und warum sie das auch gerade an angehende Lehrkräfte, also an die Lehramtsstudierenden hier einen Schwerpunkt setzen, weil die natürlich ganz wichtige Multiplikatoren sind für das Thema. Ja, vielleicht auch nochmal in Ergänzung, auch ich stimme mit Ihnen überein. Ich habe ja auch gesagt, wie gesagt, aus der Studie heraus war die Empfehlung, das möglichst früh auch in Schulen irgendwo zu tun. Sie haben aber auf der anderen Seite auch das Beispiel selbst gebracht, im Mathe-Grundkurs war ich auch nochmal drin, habe da teilweise viel nochmal wiederholt bekommen, was ich eigentlich von der Schule schon wusste, aber das war eben auch nicht bei allen so. Also da nochmal alle auf ein Level zu bringen, und im Zweifelsfall das dann nochmal zu wiederholen oder nochmal in die Köpfe irgendwie stärker das Bewusstsein reinzubringen, das würde ich schon nochmal als eine Aufgabe der Universität sehen. Aber diese Grundstimmung quasi, diese Grundsensibilisierung, die muss meines Erachtens tatsächlich schon in der schulischen Ausbildung irgendwo liegen. Ja, besten Dank. Schön, Herr Bauer, dass Sie da waren. Oh, und der Nächste. Ihr Name war, nein, das ist Oliver Janoschka, Geschäftsführer des Wurzelforums Digitalisierung. Schön, dass Sie da sind. Ja, ich wollte eigentlich gerne mit dem Vorgänger nochmal darüber diskutieren, weil ich das ein bisschen anders sehe. Also ich kann durchaus hier verstehen, dass man sagt, das ist eine wichtige Kompetenz, die eben nicht erst an der Uni anfangen darf. Aber meine positive Wahrnehmung dieses Vormittags wie insgesamt dieses ganzen Wettbewerbs hängt stark damit zusammen, dass man eben gar nicht mehr so in diesem Silo-Denken verharrt nach dem Motto, da müsste mal was gemacht werden, dann könnten wir was tun, sondern dass die vorgestellten Finalisten mit ihren Konzepten ganz stark auch sagen, ja, das ist eine zentrale Aufgabe auch für uns und wir haben hier was und sind schon dabei und wollen das gerne. Und diese Verantwortung eben auch in der Hochschule wahrzunehmen. Und die Frage, die mich hier auch nochmal nach vorne gebracht hat an der Stelle war, dass ich an vielen Stellen in den Anträgen den Eindruck habe, da sind ja auch Modelle angelegt, wie man eben online basiert, Teile dieser neuen Kurselemente auch anderen zur Verfügung stellen kann. Und das wäre für mich eine spannende Frage, wie lässt sich das eigentlich verstärken? Also ich habe auch in der Studie den Eindruck gehabt, da sieht man zwar, es gibt ein bisschen was, aber wenn man genauer hinschaut in Deutschland, ist das glaube ich noch nicht an dem Punkt, wo wir alle sagen würden, super, damit können wir jetzt schon arbeiten, sondern genau deswegen wird es vielleicht ja auch gemacht. Und wie sich das verzahnen lässt, wenn man das zusammennimmt, meinetwegen in NRW, die digitale Hochschule NRW, die Wissenschaftsministerin hat gerade gesagt, wir geben jedes Jahr 50 Millionen Euro in diesen Bereich. Das BMBF ist an vielen Stellen dabei, die Machbarkeitsstudie bei uns im Hochschulforum hat das ein bisschen beleuchtet. Die Umsetzungsfrage ist noch nicht geklärt. Also hier könnte ich mir gut vorstellen, dass da ganz andere Synergiemöglichkeiten bestehen. Und wenn man sich anschaut, letzter Punkt, dass man auf der einen Seite sagt, wir haben ein Online-Basis-Angebot, was sich vielleicht vor Ort vertiefend mit Hackathons, mit neuen Formaten in einer Face-to-Face-Modularität erweitern lässt, dann wäre doch schon ganz viel gewonnen, wo im Zweifel sogar die Schulen auch von Anteil nehmen könnten. Ja, besten Dank, Herr Noschka. Wollen Sie dazu direkt stellen? Ja, also ich kann Ihnen hundertprozentig zustimmen. Also zum einen genau der Punkt, natürlich kann man dieses Konzept der Data Literacy im Rahmen der universitären Ausbildung noch vertiefen und weiter ausbauen. Wir haben auch gesehen, dass einige der hier gezeigten Ideen über das klassische Feld der Data Literacy so ein bisschen hinausgehen. Ich denke auch, es ist eine gute Idee, diesen Austausch irgendwo zu fördern, damit nicht quasi jeder jetzt irgendwie seine Plattform entwickelt, sondern man da durchaus Synergien nutzt und sich dann auch austauscht. Insbesondere was die Bereitstellung der Materialien dann vielleicht auch auf Deutsch oder in einer anderen Sprache, gerade wenn es im englischen Sprachraum ja da schon einiges gibt. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Und in dem Zuge kam ja auch nochmal so ein bisschen, ich glaube, das war auch bei einem Antrag, ich glaube, die Uni Mainz war, dass die so ein bisschen diese agile Curriculum-Entwicklung mit ins Spiel gebracht hat. Man muss ja heute auf diese Buzzwords irgendwie reagieren können. Und wenn man das alles jetzt irgendwie top-down macht und dann in vier, fünf Jahren dann irgendwie was auf die Beine gebracht hat, was dann aber schon wieder veraltet ist, dann sind wir eigentlich nicht mehr am Zahn der Zeit. Also da müssen wir irgendwie gucken, glaube ich, wie wir auch mehr Speed da reinbekommen, unser Angebot irgendwie auf einem aktuellen Stand tatsächlich zu halten. Ja, vielen Dank. Ich würde, bleiben Sie doch nochmal kurz auf der Bühne. Ich mache jetzt eine kleine Abschlussrunde und ich mache immer auch gerne so ein bisschen Wunschdenken. Sagen wir, wir hätten jetzt nicht nur 250.000 Euro zu vergeben. Sagen wir, wir hätten einen wirklich großen Geldtopf zu vergeben. Sie wären Frau Karliczek. So. Was würden Sie zur Förderung von Data Literacy tun? Mit viel Geld. 50 Millionen. 100 Millionen. Ja, vielen Dank, Sebastian Horndalsch. Ich glaube tatsächlich, dass, was ich eben erwähnt habe mit dieser Frage, wie lässt sich eigentlich eine Infrastruktur weiterentwickeln, dass da lohnend ein Modell gefördert werden kann, aus dem hervorgehend Hochschulen eine ganz andere Möglichkeit haben, Anteil zu nehmen, was an einem Ort entwickelt wird und was an anderen Stellen genutzt wird. Also insofern wäre das auf jeden Fall auch hier jetzt eine Linie, wo ich klar sagen kann, damit könnte man Data Literacy nicht nur unter den drei Geförderten oder unter den acht, die jetzt auch bekundet haben, wir nehmen das ernst, wir machen das sowieso, weiter betreiben, sondern das könnte dann auf einen Schlag schon in einer ganz anderen Flächenwirkung passieren. Da müsste man vielleicht noch mal genauer darüber reden, wie lassen sich dann auch vor Ort, wenn ich es jetzt in meinem Modell sage, in dieser Vertiefung, wie lassen sich da Anreizstrukturen schaffen, dass das dort auch entwickelt wird. Das wäre vielleicht für das Segment hier durchaus eine ganz sinnvolle Baustelle. Frau Jörzig. Ich würde damit ein Kollege der besonderen Art einrichten, wo Studierende zusammen mit Lehrenden ein Curriculum für Data Literacy für die verschiedenen Bildungsstufen, für die Primarstufe, für die Sekundarstufe, für die gymnasiale Oberstufe und für Studierende entwickeln würden, fachübergreifend und mit Fachbezügen, nicht nur die Lehramtsstudierenden. So, und Herr Heidrich. Okay, was sage ich jetzt noch zusätzlich? Also oftmals scheitert es ja meines Erachtens nach einerseits am Geld oder dass man die richtigen Leute nicht hat. Also ich denke, wir müssen es irgendwie schaffen, tatsächlich mehr Freiräume zu schaffen, bei den Hochschulen, bei den Universitäten solche Angebote aufzubauen und auch in die Lage zu versetzen, dann entsprechend den Nachwuchs entsprechend zu schulen, dass wir auch dann wieder quasi im Schulbereich tatsächlich auch die Lehrer bekommen, die uns dann diese grundlegenden Fähigkeiten vermitteln können. Also ich würde mich sehr freuen, wenn man irgendwie schafft, da mehr Freiräume und damit auch ein bisschen mehr Flexibilität irgendwo dort in das System reinzubringen. Ja, besten Dank. Dann herzlichen Dank an alle Mitdiskutanten.